Hallo und willkommen zurück aus dem Gefängnis von, äh wie heißt das da, genau, ähm, wir haben das Gefängnis befreit, das war wichtig, das war sehr gut, und, ja, sind wir natürlich bei der Faith auch ein bisschen auf der Abschlussliste, was ja gar nicht so schlecht ist, glaube ich. Ah, haben wir ein bisschen aufgemischt, das ist schon gut so. Das Gefängnis ist jetzt in einem Unterschlupf, aber ich will da eigentlich gar nicht Faith fertig machen, wo denn das andere zuerst fertig machen, den Checker ab. Aber ja, so läuft es halt nochmal. Nicht weiter. Nicht daran. Ja, da komme ich durch, sehr gut. So, das Tor sollte wieder dicht sein, davon. Also, ich glaube, zum Beispiel Gefängnis in der Ruhe. Nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal kurz was. Weil, ich weiß, Was ist die Erlösung? Schicht im Schacht, äh, Trinkwasser. Wo ist Schicht im Schacht? Hi, 2,900. Ähm, wo ist Schicht im Schacht? 2,900 ist das hier? Ähm. Wo ist Schicht im Schacht? Das gibt's ja nicht. Das ist die Linze, was ist das? Das ist Klitschen, nix. Wir sind hier, Entschuldigung, die sind 2,100 hier. Schicht im Schacht. Oh, das müssen wir noch machen, wir sind Jones-Legion. Ja, machen wir das so schnell, ne? Jones ist erledigt, da brauchen wir nix machen. Ähm, ich will keinen... Ich hätt' gern meinen da stehen. Ich hab' Produktivärten abgehauen. Fahren. Äh, ja. Okay. Äh. Faschisitz. Richtigen Sitz. Geh-Joh! Wir kommen zusammen. Wir kommen zusammen. ja, ein Schrein zerstört so, ich will hier weg, weil das Spliss tut uns nicht gut denn wir sehen Spliss in den Hammer Spliss am Kopf Spliss everywhere nee, wir fangen da weg kommen wir zu John Johnny, die haben wir schon erledigt, aber wir machen die Hauptquests natürlich dort die gehört dazu zu spülen ich habe die Quests machen natürlich alle, machen die Nebenquests, aber es ist viel zu tun wenn ich hier fertig bin Schaukel 5 Beschäftigung schon sehr, sehr lange wie man merkt reiche die Katamantminen wo ist das noch? Flick höher so das Spliss ist im Dreck sind wir jetzt endlich raus aus dem ja besser danke 500 Meter das ist eben meine Hubschraube ja das ist ein Schreiger das gibt mir einfach einen Grund, dass ich hier gerne runter will hier 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 so das ist ein Schreiger das ist einfach ein Grund, dass ich hier gerne runter will hier hier so so da 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 habe ich einen Kollegen mit was ist das da? ein Schild da 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 dort da 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 in da Du bist hier wirklich dämlich. So. Tschüss. So. Tschüss. So kann er wohl. Seht grad nix. Steh auf. So. 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 Ich werbe nur hier. Dann. ich habe mich ich bin ich bin ich bin das war jetzt ich bin ich bin ich bin das ich muss da was platzieren und nehmen und etwas machen ja, wenn wir da ein bisschen was ich für die jetzt was bekomme? ne ohja und rück ich bin so munition geil ich kann nicht nach dem ladenflimmer zu geil ich bin so munition geil ich kann nicht nachgucken da platzieren so umgesehen jetzt hab ich platziert da soll ich auch umgesehen was ich gesehen hab mir gehts echt übel wer ist denn jetzt aufgeführt? scheiße, das tut weh hast mir den Arsch gerettet was haben wir jetzt gemacht? ja, da hilft dieser nicht so freund es wurde seit Jahrzehnten angehört keine Ahnung warum sie auch steht die Flur wie alles so da mal her jetzt ist was zu platzieren natürlich lass mich raten, du bist tot dumm kopf da da oben haben wir noch was zu platzieren das war's da gehen wir da mal runter gehen wir die Leiter hoch ganz normal und nicht so, die Leiter hoch so da da ist das zu platzieren da ist das zu platzieren hier ja komm mach das wo ist der Truck? wo ist der Truck? wo ist der Truck? nein das dann hat er die bessere monatio so 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 Gott das gibt's ja nicht super toll gemacht das war Käse richtiger Käse das haben wir schlecht gelöst ganz schlecht so schlecht so 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 weg so 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 das gibt's ja nicht so 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 Warum schaffe ich die nicht? Das gibt's ja nicht. Super. Schau mich, es sind scharfe Bomben in der Mine, verteilt euch und entfährst sie, bevor ihr alles hochgeht, schnell! So, nachher gehen bin ich am Anfang, ich habe schon fast sicher. Okay. Ich habe mir viele Freunde zu schrauben. Jetzt bist du vorteil! Tschüss! Hab einen erledigt! Wir schaffen das! Führ dich! Führ dich! So! Einhörmer! Noch ein Peggy am Boot! Noch ein an! So! Ist er! Halt! 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 Höch! 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 Du tust dir Leitpunkte! Halt für mich! Halt für mich! Halt für mich! Halt für mich! Neugierdekte überliegt! Höch! Halt für mich! Halt für mich! so ein klinger so so der ist doch beschossen, ach schön das gibt es ja nicht das gibt es ja nicht ich komme da nicht zurecht das ist unmenschlich wie soll das gehen keine ahnung wie ich das machen soll keine ahnung wie ich das machen soll das tut echt weh die lassen wir offen die lassen wir uns für bessere Zeiten offen, glaube ich, langsam es tut echt weh, dass ich die jetzt abbreche das ärgert mich aber was soll ich tun, was soll ich denn machen wenn ich zurecht komme, muss ich sie abbrechen das ist so es tut weh es tut echt weh es geht von uns fliegen so so hallo ich komme jetzt runter gut äh ah danke du war Heli ach gut es geht mich mal egal, Heli war nicht schlecht, oder? du hast mir was tun du gehst mal wieder rein geht's nicht rein du gehst mir dran wenn wir uns was neiges suchen, muss man machen das ärgert mich hallo das Problem wäre es nicht erfolgreich w floss Paper ich bin etwas entrüstet gerüstet dadurch. Irgendwer hat da noch eine Chefquests, was ist jetzt für uns? Also nicht wer. Hallo. Ah, da liegt einer. So. So. Wie war das? Hallo. Hallo. Wo ist das? Egal. So, ich sag danke fürs Zusehen. Wir machen da wieder ein Breakchen. Danke fürs Zusehen, auch wenn es diese Folge nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Soll auch mal passieren, ist so. So, ich danke. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Fakre 5. Bis dahin, ciao und alles Gute. Bis dahin. Nacht 2